Hallo liebe Gesekrinnen, hallo liebe Geseker, hallo liebe Nicht-Gesekerinnen und Nicht-Geseker. Willkommen zu unserem freitäglichen Rathaus TV, wie immer zu Beginn mit dem Corona-Update. Wir stehen weiterhin bei zwei positiv getesteten Fällen in Geseke, die beiden Damen, von denen ich berichtet habe. Und wir haben in Geseke deutlich über 40 Personen in Quarantäne. Das ist zum einen natürlich die Kindergartengruppe aus Störmede mit den Erzieherinnen, von denen ich berichtet hatte. Aber auch eine ganze Zahl Geseker und Gesekerinnen, die in Salzkotten zur Schule gehen, die da zur Gesamtschule gehen. Da hat es auch einen Fall gegeben, der auch eine relativ große Gruppe an Quarantäne ausgelöst hat, der auch Gesekerinnen und Geseker betrifft. Ja, die Störme der Kinder und die Erzieherinnen werden Anfang nächster Woche getestet, damit wir genug Zeit haben, also rechtzeitig vor Beginn des Normalbetriebs, rechtzeitig vor dem Ende der Quarantäne, damit die Ergebnisse möglichst schnell vorliegen und wir mit möglichst großer Sicherheit die Kinder, aber auch die Erzieherinnen wieder in die Einrichtung, wieder in den Kindergarten zurückbekommen können. Ja, das nächste Thema ist die Wahl. Hier möchte ich noch einmal kurz Werbung dafür machen, dass ihr eure Wahlbenachrichtigungen nutzt, den QR-Code abscannt und dann die Unterlagen anfordert oder aber hinten unterschreibt und euer Geburtsdatum draufschreibt. So oder so bekommt ihr dann die Briefwahlunterlagen, dieser ganze Stapel hier, zu euch nach Hause. Dann ist vor allem eins wichtig, da ist ein Wahlschein dabei, den müsst ihr auf der Rückseite unterschreiben, die eidesstattliche Versicherung unterschreiben, dass ihr die Kreuze selber gemacht habt. Dann alle Stimmzettel, die ihr ausgefüllt habt, in den Stimmzettelbrief, dann zusammen den Brief mit den Stimmzetteln drin, zusammen mit der eidesstattlichen Versicherung in den roten Umschlag und den in den Briefkasten werfen oder direkt bei uns in der Stadtverwaltung einwerfen. Frankieren müsst ihr ihn nicht, die Deutsche Post befördert diese Briefe kostenlos. Die Bedienungsanleitung liegt auch noch einmal bei, wichtig ist, dass ihr die eidesstattliche Versicherung auch unterschreibt. Nächstes Thema ist der Marktplatz. Da beginnen jetzt die Bauarbeiten Anfang nächster Woche. Ich hatte ja gesagt, die Versorgungsunternehmen ziehen ihre Kabel neu. Der ganze Marktplatz ist unterirdisch von Stromnetzen, Gasnetzen, Wassernetzen, Abwasser, Telekommunikationsnetzen nur so durchsät. Da gibt es vorher jetzt eine Arrondierung und die Versorger tauschen aus. Das entzehrt die Baumaßnahme und hilft uns, das vernünftig und gut dann im weiteren Verlauf durchzuführen. Der Wochenmarkt am Mittwoch und am Samstag findet aber ganz normal statt. Ja, dann hatte ich für heute versprochen, dass wir in den Kindergarten gehen. Da nehme ich euch jetzt mit rüber. Wir besuchen also nun den Kindergarten in der Mühlenstraße. Ja, da sind wir jetzt im besagten neuen Kindergarten an der Mühlenstraße neben der Polizei und dem Bürgerbüro. Und wir sind hier mit der neuen Leitung mit Annika Wehrenberg. Hallo Annika. Herzlich willkommen hier im Kindergarten. Herzlichen Dank, dass wir euch hier besuchen dürfen. Ja, ihr habt jetzt fünf, sechs Tage im neuen Kindergarten hinter euch. Neue Situation für alle Kinder, aber auch neue Situation für alle Erzieherinnen. So einen neuen Kindergarten gibt es ja nicht alle Jahre. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahrzehnten wir in Geseke den letzten Kindergarten neu eingerichtet haben. Wie waren denn die ersten Tage? Sie waren sehr spannend. Es sind mittlerweile 35 Kinder hier in der Einrichtung. Die Kinder bleiben überwiegend mittlerweile schon alleine. Wir haben Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, haben sechs Kinder, die unter drei sind. Der Rest ist über drei, haben noch sieben Plätze frei. Und ja, ich hoffe, dass die Kinder sich hier sehr wohlfühlen werden und mittlerweile schon immer mehr hier gut ankommen. Ja, ihr seid ja auch auf dem Weg zum Bewegungskindergarten. Wie kann man denn hier Bewegungskindergarten umsetzen? Wie stellen wir uns einen Bewegungskindergarten vor? Wir haben sehr viel Platz zum Bewegen. Wir haben Garderoben, die sich wegschieben lassen können. Die Kinder haben dann ausreichend Platz, auch mal mit einem Ball zu spielen, zu toben, zu rennen. In den Gruppen können wir die Tische zur Seite schieben. Wir können den Parkplatz im hinteren Bereich mitnutzen. Wir gehen auf den Spielplatz des Haustorholtes. Und ja, ansonsten sind wir auch viel in der Stadt unterwegs. Ja, der Parktorholt und der Spielplatz sind, glaube ich, der Hauptunterschied zu einem normalen Kindergarten. Weil dies ist ja eigentlich nur ein provisorischer Kindergarten. Ihr sollt ja nur für zwei Jahre hierbleiben. Von innen sieht es jetzt gar nicht so nach Provisorium aus. Im Gegenteil, ich finde es also sehr, sehr gelungen. Aber ihr habt halt keinen eigenen Garten, keinen eigenen Spielplatz, den alle anderen Kindergärten haben. Sondern ihr geht durch einen kleinen Mauerdurchbruch zum Parktorholt. Das ist wie weit, wie viele Meter mögen das sein? Vielleicht 300 Meter. Ja, Maximum. Bis zum Spielplatz. Und ja, bis zum Spielplatz, bis zum Parktorholt sind es 20 Schritte. Und das ist natürlich für den Bewegungskindergarten dann auch wichtig. Aber ihr seid auf einem öffentlichen Spielplatz. Hat sich das eingespielt? Funktioniert das auf dem öffentlichen Spielplatz? Also wir waren gestern das allererste Mal dort. Das hat sehr gut funktioniert. Die Kinder haben sich dort wohlgefühlt. Es ist alles begrenzt. Die Kinder können nicht weglaufen. Und wir werden es auch noch ausweiten und werden auch auf den restlichen Teil des Spielplatzes gehen. Dann allerdings in Kleingruppen. Die Personalausstattung lässt das auch zu. Ihr seid jetzt mit wie vielen Erzieherinnen hier? Wir sind im Moment fünf Personen und werden höchstwahrscheinlich nächste Woche zu sechs sein. Und das ist dann Zielgröße? Ja, erstmal leer. Ja, da gibt es ja auch Stundentafeln, wie viele Stunden im Kindergarten bei wie vielen Kindern haben sollte. Ja, dann hatte ich eben Bewegungskindergarten schon mal angesprochen. Das Konzept ist ja auch deswegen ausgewählt worden, weil euer eigentlicher Standort ja nicht hier in der Mühlenstraße sein soll, sondern auf der Rückseite des Freibads und der Rückseite des Rabenfittich, des Sportgeländes Rabenfittich. Da hofft ihr schon auf das neue Areal und auf den neuen Spielplatz, auf den neuen Spielplatz auch, aber auch auf den neuen Kindergarten. Wobei eure Gedanken wahrscheinlich im Moment erstmal hier sind, den Betrieb ans Laufen zu bekommen. Oder ist schon so ein Rest vor Freude schon da? Ach, wir freuen uns schon auf das Neue, wobei hier ja auch gerade alles neu ist. Aber später dann den Sportplatz daneben zu haben, das Freibad zu haben, das ist schon ganz schön. Für den Bewegungskindergarten. Ja. Kann man denn das, was ihr so eingekauft habt, alles wiederverwenden in der neuen Einrichtung? Ist das variabel, flexibel oder wie ist da der Plan? Wir haben die Ausstattung so gekauft, dass wir alles später mit rübernehmen können und auch dort weiter nutzen können. Der neue Kindergarten, wird der auch zwei Gruppen haben oder wird er größer? Ja, der wird dann vier Gruppen haben und auch eine reine U3-Gruppe. Für Kinder wirklich im Alter von sechs Monaten bis... Wo im Moment auch der Bedarf ist, wo man keinen Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz, aber auf den Betreuungsplatz hat. Also im Zweifel auch bei Tagesmüttern ist. Da soll dann mehr Kapazität geschaffen werden. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal durch und damit ihr auch seht, wie der Kindergarten so aussieht. Ja, gerne. Hier befinden wir uns in der grünen Gruppe. Aktuell arbeiten wir hier mit zwei Erzieherinnen. Am Dienstag kommt eine dritte Fachkraft hinzu, haben im Moment 20 Kinder in der Gruppe, können aber auf 25 Kinder aufstocken. Nun sind wir in der blauen Gruppe. Hier spielen im Moment 18 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Drei Erzieherinnen sind jederzeit für die Kinder da und es können später auch noch zwei Kinder hinzukommen. So, da sind wir wieder vor meiner normalen Wand. Ich hoffe, es hat euch im Kindergarten und bei Annika Wehrenberg gefallen. Mir bleibt jetzt nur noch, euch alles Gute, ein schönes Wochenende und viel Gesundheit zu wünschen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Bis dann. Tschüss.